Was ist das W&H ImplantMed? Das W&H ImplantMed gemeinsam mit dem OSTEL ISQ-Modul unterstützt Behandler und Behandlerinnen in ihrer täglichen Arbeit dank der messbaren Osseointegration. Der Behandler kann gemeinsam mit dem Patienten den idealen Zeitpunkt der prothetischen Versorgung wählen und hat alle Sicherheitsfunktionen, die ein Chirurg und Chirurginen benötigen, in einem Gerät vereint. Das heißt, eine Tremoment-Kontrolle, die Gewindeschneidefunktion von W&H und das weltweit exklusive und die erste Integration des OSTEL ISQ-Moduls. All have priority.